... als erstes die Startnummer 1 Eastern AV mit Wim Salztrack. Startnummer 2 dahinter, Dios Beo mit Toni Böcker. Weiter geht's mit der 4, Cebu, FKS, Joachim Hai. Startnummer 6, Wilhneuf und Jörg Hafer. 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 Nächster Teil im Majestiz in Maxwell mit Thomas Maaßen. Und die letzten beiden Teilnehmer zum ersten Rennen jetzt auch auf der Parade, Jojo Harley, die 5 mit Tom Karten und dahinter die drei Handywise mit Samantha Stalker, wir sind komplex fürs erste Rennen. Vielen Dank, Dirk. Wir fangen hier gleich an mit den Favoriten dieser Prüfung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Grün aus, Start frei. 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 Start frei.